Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer ist ThePro von playstationinf.de und das ist ein außerplanmäßiges Video, also ich hab auch nie einen Plan, wenn ich ein Video raushaue aber dieses Video ist anders als die anderen Videos, weil es stört mich was es stört mich was und ich habe irgendwie jetzt keine Lust mehr, das einfach auch so hinzunehmen und ich möchte wenigstens das jetzt einmal auf dieser Form irgendwie auch rausgehauen haben und nicht immer auf jeden Kommentar eingehen und immer mal wieder das Thema so einzeln diskutieren nee, das ist meine persönliche Meinung, es ist nicht die komplette Meinung vom Team naja, eigentlich schon bis jetzt, außer vielleicht eine Stimme und es geht um Battlefield 2042 bzw. um die Beta und ja, jetzt geht's los als ich gehört habe, dass es bald wieder ein neues Battlefield geben wird und dass dieses Battlefield wieder in der Gegenwart Zukunft spielt habe ich mich schon ein bisschen drüber gefreut, weil dieses ganze Vergangenheitssetting das war schon ganz cool, also gut, der erste Weltkrieg hatte mir nicht gefallen bei Battlefield 1 aber das letzte war schon ziemlich nice und hatte so einen gewissen Flair und man hatte sich auch ein bisschen so an alte Zeiten erinnert und ich bin jemand, der damals unglaublich gerne Bad Company gespielt hat ich liebe Bad Company, es war wirklich eins der besten Spiele, die ich in meiner Playstation 3 Zeit gespielt habe Bad Company 1 und dieser riesengroße Schritt zu Bad Company 2 mit dem Gameplay und alles und es lief so flüssig, dann das Team, die Story, aber auch einfach der Multiplayer war super und ich erinnere mich noch dran, dass sie, das gefühlt ist, ist gefühlt so gewesen dass DICE damals komplett überfordert gewesen ist und schnell den Multiplayer groß aufgebaut hat wo sie gar nicht mit diesem Erfolg gerechnet haben, dass das so gut ankam ich erinnere an Vietnam und so weiter und so fort das war schon ziemlich krass und hat mega Spaß gemacht und die Truppe damals, sehr cool dieses ganze Gameplay einfach und da kommen wir auch schon zu dem Punkt, Gameplay einfach danach gab es dann halt die anderen Battlefield-Teile und Battlefield 3 war schon sehr interessant und hatte auch wirklich ein paar Aspekte, die ich gefeiert habe und spielte sich auch relativ gut dann kam Battlefield 4, relativ schnell und kurz zur Erklärung, ich habe alle Betas mitgemacht Battlefield 1 bin ich nicht hundertprozentig sicher, aber hundertprozentig bin ich mir sicher Battlefield 2, äh, Bad Company, Entschuldigung, Bad Company 1 bin ich nicht sicher Bad Company 2, hundertprozentig habe ich da die Beta mitgemacht und danach jede Beta sogar meine Close-Beta und so weiter und so fort also braucht mir hier keiner was von Betas erzählen was, ja das ist ja nur eine Beta und bla bla, kommen wir später noch zu dann kam auf jeden Fall Battlefield 4 und, ähm, ja, es war cool es hat Spaß gemacht, es wurde immer umfangreicher, damals mit dem Premium Pass hatten ein paar Leute geärgert, ich fand es aber richtig okay so, es war in Ordnung, weil ich bin immer da bereit ich war immer schon bereit, ein Spiel zu unterstützen mit Premium Pass keine Ahnung was, wenn es dann halt weiter Content gibt weil wir müssen nicht immer jedes Jahr einen neuen Teil rausbringen, es reicht ja auch mal einfach eine Reihe oder ein Spiel länger zu pflegen das war immer meine Philosophie so, kann auch jeder so sehen, wie er möchte völlig legitim es gibt ja auch Spiele, wo das nicht funktioniert ganz klar, ganz klar so, dann kam ja so ein bisschen das Ärgernis mit Battlefield und, ähm, dann war das ein bisschen schwierig also auch Battlefield 4 hatte es schon ein bisschen schwierig an so ne, also da gab es ein paar Sachen dann hat man sowas gemacht, wie diese Neuauflage von Medal of Honor dazu sage ich jetzt einfach mal nichts und Call of Duty ist natürlich dann auch eine sehr starke Konkurrenz geworden über die Jahre und, ja, da sind auch viele abgewandert das hatte auch seine Gründe kurz nochmal subjektive Meinung und so ich war immer ein Battlefield Fan und Anhänger und nie so der Call of Duty Mensch jetzt hat sich das ein bisschen geändert mit Warzone, das spiele ich ja nun wieder mal ganz gerne aber ich war immer Team Battlefield immer, immer das Strategische und so weiter und so fort immer dann gab es ja auch den Schritt zwischen PS3, PS4 Battlefield lief dann auf der PS4 dann schon ein bisschen besser ich erinnere damals an Battlefield 4 das war schon ein krasser Sprung so und dann kam Battlefield 1 und damit hatte ich schon so meine Probleme viele haben es gefeiert so dass es halt in der Vergangenheit spielt weil irgendwie waren alle müde wegen diesem Zukunftsding und Gegenwartsding aber ich persönlich fand es ein bisschen kritisch weil ich damals schon gesagt habe so, ja, Erste Weltkrieg ist schon sehr speziell ist auch ein sehr düsteres Kapitel Welt, Zweite Weltkrieg ist natürlich auch ein düsteres Kapitel alle Kriege sind ein düsteres Kapitel darum geht es nicht aber es ist, kurz gesagt, nicht so mainstreamig so, das muss man ganz klar sagen und es hatte auch so ein paar Probleme mit dem Gameplay finde ich beziehungsweise es fühlte sich nicht mehr so ganz dynamisch an und auch die Waffen waren ein bisschen schwierig für mein Empfinden auf jeden Fall dann kam Battlefield 5 der letzte Battlefield Teil und da ging auf jeden Fall da war es schon, ja, sehr interessant wie die Reise es immer wieder sich verändert hat weil das gesamte Spiel wurde umgekrempelt dann wurde es schneller gemacht dies, dass jenes, Engines ausgetauscht ihr wisst ja alle, was da passiert ist und sowas die Spieler haben anfangs gesagt es ist so schwer und dann dies und dann jenes und dann irgendwann war es auf einem guten Weg ganz klar und dass es auch im Zweiten Weltkrieg gespielt hat und so haben auch viele gefeiert weil zu dem Zeitpunkt war Call of Duty in der Zukunft und das ändert sich auch alle paar Jahre die Meinung der Spieler, der Leser wie auch immer mal wollen sie das haben mal wollen sie das haben als Publisher oder Entwickler ist es unglaublich schwer das einzuschätzen und es gibt ja auch immer Trends so muss man auch ganz klar sagen und da war halt die Leute waren gesättigt von diesen Zukunftsgeschichten und dann gab es halt eine Zeit lang ja, erste, zweite Weltkriegsspiele das ist genauso ähnlich wie eine Zeit lang waren sogar Story-Spiele oder Singleplayer-Spiele gar nicht mehr in und jetzt sind sie wieder in das muss man sich auch mal vorstellen ich erlebe es sogar dass jetzt wieder Strategiespiele in sind so, als nächstes kommen die Weltraum-Simulationen gut, darum geht es nicht alles das war jetzt so ein bisschen der Monolog und dann habe ich jetzt die Battlefield-Beta eine Zeit lang gespielt die Battlefield 2042-Beta und wie gesagt ich habe alle Betas gespielt und kann wirklich jetzt sagen es ist bei Abstand mit Abstand die schlechteste Beta ich würde sie nicht mal Beta nennen die ich bis jetzt gesehen habe und was mir dann so richtig sauer aufgestoßen ist dass mir jemand aus dem Team gesagt hat alle Influencer reden positiv darüber und ich mir dann ein, zwei Sachen angeguckt habe ich werde jetzt hier keine Namen nehmen das habe ich auch nie gemacht werde ich auch nicht machen ich weiß ja, das ist deren Business und so weiter und so fort ist cool aber die erzählen da Sachen die einfach nicht stimmen die stimmen einfach nicht die erzählen ja es läuft super flüssig toller Sound die Grafik dies, das, jenes also ich weiß nicht ob wir irgendwie unterschiedliche Spiele gespielt haben oder sowas aber ich habe auf jeden Fall jetzt mehrere Stunden mehrere Tage die Battlefield-Beta gespielt habe mit mehreren Leuten drüber gesprochen und wirklich von sehr vielen Feedback was ich bekommen habe beziehungsweise wo wir drüber geredet haben habe ich wirklich versucht was Positives rauszuhören und keiner hat irgendwas genannt sondern ja ja ich würde es überholen so aber ja ja gut Battlefield 2042 hat es auch schon ein bisschen schwer gehabt es gab ja auch schon wieder ein bisschen hinter den Kulissen wieder so ein paar Geschichten sodass das alles nicht so rund läuft es gab Gerüchte Themen dass sich das verschiebt dann verschiebt es sich wirklich es gibt immer noch ein paar Wetten die sagen es kommt erst nächstes Jahr raus so weiter und so fort bei mir war es dann so ich spiele es einmal in der Close-Beta oder Vorbesteller-Beta nennst du es wie ihr das wollt und dann in der Open-Beta mache mir so mein Bild rede nochmal mit ein paar Leuten lass den Leuten auch nicht so das vermitteln was meine Meinung ist sondern möchte erst mal deren Meinung hören und sowas das ist mir auch wichtig weil immer es ist ja mal so wenn du schon mit einer Meinung irgendwo reingehst und sowas dann wenn die Leute dann gehen sie entweder auf dich ein oder sonst irgendwas also das kann schon mal vorkommen so nicht böse gemeint oder so nicht böse gemeint ich will auch wirklich nicht gegen das Spiel bashen und sowas also fangen wir mal an mit dem Positiven zuerst was mir in der Battlefield 2042 wieder gefallen hat und da kann ich wirklich sagen gar nichts nichts es hat mir nichts gefallen überhaupt nichts gar nichts vielleicht dass am Controller ein paar neue Sounds und Vibrationen da waren aber wenn man eine Playstation 5 hat erwarte ich das auch und fühlt es sich an wie ein Next Game Spiel hat sich das irgendwie bezahlt gemacht das auf der Playstation 5 zu spielen überhaupt nicht überhaupt nicht negatives fangen wir mal an mit der Präsentation ich habe mir auch keine Notizen gemacht ich möchte kurz auch sagen das ist wirklich freischnauzig ich bin gerade wirklich aus einer Session gekommen und das Maß war voll nachdem ich noch mal vorher noch ein paar Videos gesehen hatte es voll reicht reicht jetzt ich habe wirklich die Schnauze voll von diesem Quatsch den ich da irgendwie von irgendwelchen Influencern oder YouTubern oder sonst irgendwas so mitkriege und so weiter und so fort da kann natürlich jeder seine Meinung haben aber nee ich lasse es jetzt einfach mal so raus reicht also Präsentation wir wissen ja auch seit kurzem dass wir eine ältere Version der Beta spielen das ist auch völlig in Ordnung und wir wissen auch dass es auch wirklich keine richtige Beta ist das ist Marketing das ist Marketing du sollst immer heißer auf das Spiel werden du sollst schon so das in deinem Kopf verarbeiten und es ist ja auch bald der Release und dann Feuer frei völlig okay früher nannte man sowas einfach Demo aber alle machen es so ist nichts Neues kommen wir mal zu Grafik ja wie gesagt es ist eine Beta ist mir jetzt aber auch egal die Grafik ist bei Weitem nicht schön tut mir leid natürlich ist es alles vielleicht ein bisschen abgespeckt und dann sieht es vielleicht auf nein nein so war es nie so war es nie so war es auch bei den anderen Betas nicht ich brauche da gar nicht irgendwas Schönreden nein das wurde nie irgendwie nochmal viel viel besser grafisch oder sonst was über die Jahre wenn sie ein Spiel dann jahrelang gepflegt haben oder verbessert haben oder geändert haben dann ja dann wurde es teilweise mal besser aber der Sprung von einer Beta zur fertigen Version I'm so sorry da hat sich nie viel gechanged die Grafik wirkt auf mich sowas von steril dass ich mir echt was ich mich echt gefragt habe hä ja das sieht zwar Frostbite Engine das sieht Explosionen und so und das Gras sieht aus wie Gras was ich draußen sehe aber es wirkt alles tot es wirkt alles steril es wirkt alles so als hätte ich irgendwie so ein Holodeck Besuch und da wäre irgendwie so ein Grafikfilter falsch oder als würde da genau als wäre da so ein Grafikfilter drüber es wirkt mir einfach alles zu clean die Gebäude sehen aus wie als hätte da ein Grafiker was hingeknallt aber hat vergessen die Texturen oder das irgendwie authentisch zu machen die Fahrzeuge die gesamte Umgebung das mit dem Tornado und dem Wetter und wir haben natürlich nur eine Karte bis jetzt gesehen das weiß ich auch das sieht natürlich bombastisch aus aber das das verliert so schnell am Flair ich hatte nicht ein einziges Mal die Situation ja wow sieht das krass aus sondern eher so hm das ist es jetzt erinnert ihr euch und vielleicht ich weiß ja nicht wer das so guckt aber erinnert euch damals äh ich tut mir leid aber das war Battlefield 4 meine ich die Beta mit dem Shanghai Tower war es Shanghai Tower der dann kaputt explodiert ist mit den Säulen und sowas wie wir da alle vorstanden und uns das angeguckt haben und gedacht haben was ist denn da gerade passiert alter Schwede dieses Gefühl könnt ihr euch da noch erinnern wie man mit dem Fahrstuhl hochgefahren ist da oben auf dem Dach gekämpft hat und dann kracht das Ding ein seitdem hatte ich das ich hatte das nie wieder nie wieder dieses Gefühl was ich damals hatte hatte ich bei keinem Battlefield Teil mehr so und ich hab die alle wirklich auch gespielt und auch teilweise gerne gespielt und hab nie auf diesen diesen ja Pay2Win Lootboxen das ist mir alles egal das fand ich alles immer so ein Pille-Palle-Zeug so nein dann guck ich mir die Beta an guck mir die Grafik an und denk mir so okay guck mal die Autos an ja irgendwie haben die ne falsche Größe irgendwie sehen die alle so pseudo-futuristisch aus aber da ist überhaupt nicht die sehen so clean aus als hätte ich irgendwie so ein schwarz-weiß-Bild gemalt oft total sauber und so also kurz gesagt es wirkt alles so megamäßig steril nächste Punkt der Sound Bindercore wird wahrscheinlich noch ein bisschen besser werden wie auch immer aber Battlefield ist für mich immer das Präferenz und das beste Spiel in Sachen Sound gewesen ich hab ich hab ja über die letzten 10 Jahre Playstation-Info hab ich natürlich schon sehr viele Headsets getestet so und auch das Team hat viele Headsets getestet und Leute die bei uns waren haben Headsets getestet da waren 5, 1, 7, 1 Stereo Mono keine Ahnung Ketchup und so weiter und so fort ihr merkt schon ich bin ein bisschen ein bisschen ne auf jeden Fall hab ich immer allen Redakteuren gesagt und allen Leuten gesagt und ich hab mich selber auch dran gehalten wir nutzen ein Battlefield Spiel um den Sound zu testen besser geht es nicht hört sich das Sound dann richtig gut an hörst du das und das äh hörst du das und das bei Battlefield und weißt du das Headset ist gut war immer so Battlefield 2042 reingelegt und ne Playstation Headset genutzt als erstes maximale Lautsperrke ich dachte ich hab irgendwas falsch eingestellt ich guck in den Systemeinstellungen nach teste alles und sag so ne irgendwas stimmt da nicht kurz das neue Razer Headset von dem ich nicht so begeistert war äh reingemacht Kabel ne kracht nicht so mir den Aufwand gemacht die Mühe gemacht und mein Steady Series äh 7.1 alles fertig gemacht Kabel bla gelegt kurz den Soundtest gemacht so ich bin nicht hundertprozentig ob ich alles richtig gemacht habe aber ne knallte nicht knallte überhaupt nicht also war so dumpf und ja die Waffen klingen gut und man hört da ein bisschen Gras aber what the fuck das ist Battlefield Battlefield hatte immer diesen du hast immer bei Battlefield so oh mein Gott war das krass von dem Sound der hast du immer gehabt immer immer so dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt ähm die Steuerung ähm ein paar Leute haben geschrieben ja cool das ist ja fast wie Bad Company und dann ist das genau das wo ich gerade meinte diese YouTuber und so gesagt haben ja das ist ja wie Bad Company I'm so sorry ich weiß nicht was hier spielt es ist kein bisschen wie Bad Company ja ich hab mir sogar die Passat also ich hab einen Kollegen gefragt kannst du mir bitte mal den Schnipsel sticken weil ich hab keinen Bock das ganze Video zu gucken und so kannst du mir mal bitte den Schnipsel sticken ob der das wirklich gesagt hat so ja schickt er mir guckt mir das an und denk so das hat er nicht gesagt so wow ok krass ist natürlich auch wieder eine subjektive Meinung aber dann kommen die ganzen Leute und schreiben das auch und haben vielleicht noch nicht mal das Spiel gespielt und so und ich find das ein bisschen ein bisschen strange Punkt ist die Steuerung ist meinem Empfinden nach meiner subjektiven Empfindung nach kein bisschen wie Battlefield im Gegenteil sie ist für mich eine Mischung aus Battlefield 3 und minimalistisch na Bad Company nein 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 Battlefield 3 nur in Träge ich finde die Steuerung mega träge sie ist nicht dynamisch sie ist nicht flüssig es wirkt alles so ein bisschen übertrieben schwerfällig und damit hab ich ein Problem ich habe natürlich die Sensibilität eingestellt jeder weiß ja der Battlefield gespielt hat hat sich irgendwann mal eine Textdatei gemacht wie er die Sensibilität und alles andere eingestellt hat also sprich natürlich auf Kreis macht man natürlich nicht ducken sondern man macht es auf R3 zum Beispiel also so bin ich ich hab mir wirklich ich oute mich so ich hab mir wirklich damals eine Textdatei gemacht mit meinen Einstellungen und die hab ich zweimal schon übernommen und dann einfach auch übernommen weil das vergisst man einfach so I'm so sorry ich bin alt deswegen hab ich es mir aufgeschrieben so gleich als allererstes Steuerung gemacht so ne total träge Visieren funktioniert gefühlt nicht was gut ist was gut ist das hätte ich vielleicht am Anfang erwähnen sollen ihr habt ja diese Gadgets die ihr da machen könnt ne die könnt ihr halt das funktioniert ganz gut mit dem drauf machen und sowas das haben sie ganz gut gemacht so das funktioniert schon aber die es fühlte sich einfach nicht dynamisch es fühlte sich sehr träge an und dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt der Zustand dieser Beta ich finde das ist meine persönliche Meinung also auch das Fazit da ist EA wer auch immer da ist die die komische PR-Agentur aus Hamburg was auch immer naja die nicht die haben ja nichts zu tun ähm haben sich kein Gefallen getan damit ich bin der Meinung sie haben sich kein Gefallen damit äh kein Gefallen damit getan die Beta ist finde ich einen absoluten desolaten Zustand definitiv sie rockt nicht so sie rockt aus den Punkten die ich gerade gesagt habe nicht es ist eine ältere Version ich ich wette meine ich lege meine Hand ins Feuer selbst wenn es eine neue Version wäre wenn dann keine großen Unterschiede ähm diese ganzen Punkte zeigen doch irgendwie dass das Spiel einfach noch nicht fertig ist und da kommen wir zu dem Punkt ich bin 100% der Meinung dass es genauso ablaufen wird wie bei einem Battlefield 4 ein korrigiert mich Battlefield 5 Battlefield 1 ja da hat sich das nur alles verzögert da war es nicht so sprich es wird auf lange Zeit dann wieder umgepatcht gepatcht so weiter und so fort und das war's und dann haben wir in 2-3 Jahren ein solides Spiel tut mir leid ich hab da keinen Bock drauf es reicht mir ich hab das die anderen Male mitgemacht ich hab das bei verschiedenen Spielen mitgemacht ich kenne auch die Aussagen von anderen Publishern wie sie gesagt haben ja wir haben aus dem ersten Teil gelernt und wir werden es auf jeden Fall beim nächsten Teil besser machen ja Pustekuchen ist überhaupt nichts passiert so ich hoffe und ich würde mir so wünschen und ich weiß dass das naiv ist und ich weiß dass das nicht passieren wird dass dieses Spiel dieses Jahr nicht rauskommt das ist wirklich jetzt nochmal ein Quartal oder so nochmal Entwicklungszeit bekommt so dass man diese Sachen nochmal eingeht dass man eventuell mal sich größeres Feedback holt dass man vielleicht mal auch auf Meinung anderer hört und nicht nur nach Quartalszahlen und so weiter und so fort geht ich weiß draußen ist Party ich weiß dass das alles Business ist es ist Business nix anderes die Beta ist Business aber sowas online zu stellen nee nee ich feiere es nicht ich würde mir wirklich wünschen dass dieses Spiel verschoben wird ich weiß dass es nicht passieren wird ich weiß dass es naiv ist aber ich werde auch dieses Spiel testen und es ist mir egal ob es drei Leute lesen ob es vier Leute lesen so ich werde auf jeden Fall nicht da so sitzen wie so ein paar andere Leute und da irgendein so nur um dann eventuell irgendwelchen Leuten zu gefallen ich mochte Battlefield ich mag Battlefield es ist ich mochte mehr Battlefront aber das hat mich jetzt echt geärgert und das ist mein Eindruck von der Battlefield 2042 Beta nach tagelangen Spielen kann man so sagen und ja keine Ahnung wollte ich jetzt loswerden also ihr könnt damit machen was ihr wollt ich wünsche natürlich jedem viel Spaß mit dem Spiel aber wie gesagt mir hat es nicht gefallen ich finde es sehr schade und ich glaube ich weiß wo diese Reise hingehen wird schreibt mir gerne rein wie ihr das findet wir werden das auch weiter diskutieren wir haben ja auch schon ein paar Artikel draußen und da sehe ich auch schon so eine gewisse Meinung und ja schauen wir einfach mal Freunde musste sein mein Name ist Superabesuch Playstation Info.de bis zum nächsten Mal haut sie rein Tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal